Und weiter geht's hier bei Fire Emblem Path of Radiance Ja, für mich schon noch ein bisschen länger her Ich habe schon 2-3 Wochen seit dem letzten Folge Naja, ähm, ich überlege gerade wo wir am Schengen bleiben Es hatte was, eigentlich habe ich kurz die Waffen angepasst Im Sinne von, welche wir eigentlich nicht mehr bräuchten Welche eher ein bisschen, naja Wie soll ich sagen, nice to have wären Genau, wir haben hier unseren Magier zum Teil Rolf, den man auch trainieren könnte Aber irgendwie, naja, geht's ja ein bisschen zu langsam Genauso wie sie auch bei Ali der Fall ist Aber ja, hier ist ein anderes Thema Was haben wir sonst noch für neue Typen? Muarim ist neu dabei Und auch Tormod, der ja von dem her, ähm, scheinbar ein ganz brauchbarer Magier sein soll Aber ich muss genau zugeben, gut, der ist schnell Coole Fähigkeit, 2 Felder Das war natürlich schon sinnvoll Ich freue vor allem auf C, Wind auf D Ich würde auch bei ihm sagen, ich spare mir den zum Trainieren lieber dann für den Nachfolger auf Sprich für Radiant Dawn und nicht mehr hier für Part of Radiance Naja, ähm, sonst geht uns aber natürlich auch ein Team Sprich vor allem die Ersten hier Stefan lieber weniger, weil es schon weiterentwickelt Und ich will ja, wenn's geht, die Einheiten selber entwickeln Gut, Tatenien ist ein anderes Thema Sind wir sonst noch Mordecai und lädt uns momentan nur Nein, noch ein bisschen auf der Reservebank Volker, auf dem war ich noch auf die Entwicklung Der soll ja auch ziemlich heavy drauf sein Und zum Trainieren ist der echt doof Ja, soll heissen, ähm, Ike muss noch Level 20 werden Weil der soll sich ja scheinbar Kapitel 17 soll sich irgendwie entwickeln Ich hab mal etwas gelesen Äh, und dann natürlich vor allem Seahawk, Kevin und Beuth Also Beuth will ja noch ein Level Ihm fällt noch 2 und ihm 3 So, und das war jetzt anentwickeln und so Und, äh, ja, wird schon gut gehen So, da braucht nichts mehr, alles cool Unterstützung, was haben wir noch Schönes Mit Alia oder dem Paar Hm, ja, wirklich gut, okay Wir kochten so, okay Ja, la, 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 la Hm, du, du, du Stimmt doch La, la, la Die sind ja teilweise gesperrt, ganz interessant Aber, naja, was ist schon Rang B Interessant Zielen und Feuer Rehn Rolf Hm, hm, hm Weniger, ja, warum sollte Hm, hm Hm, hm Man kann für den Tunja Alia Im Krieg teilnehmen Hm, hm Warum sagen wir so etwas nur? Dass wir da Kinder sein Das bedeutet, erwachsen zu sein Aber kein Interesse daran Ausserdem werden wir, äh, bei Reddingthorn sowieso älter sein Und da, äh, können wir dort fighten Ja, deswegen ist auch mein Ziel eigentlich Dass ich bei Reddingthorn mit Rolf noch ein bisschen zocke Mit Alia eigentlich auch Aber die brauchen halt vor allem jetzt wegen, äh, Heilung und so weiter Ja Wohl so rum kann es mittlerweile auch Also äh Ah, der muss nicht mehr unbedingt sein Massieren mit Rolf noch etwas Hm Fertig zielen Und Voll getroffenen Pegasus retten getroffen Schlecht Besser gehen Was? Ich versuche noch meinem Ziel zu bleiben Ich habe besser Weg zu trainieren Aber besser als gar nichts Du bist aber süss Naja Ich geht nicht lang und süss bin ich auch nicht Ja, ich bin ein Mann weg Ja, egal Aber was Da, 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 da Ja,ja, komm wirpunkte Action Wir wollen alle Action, aber Wird intelligente Das sind sie meistens die kleinen Schwäch aus Erfahrung. Auch ich fahr mal klein, man glaubt es kaum. Wobei teilweise bin ich im Inneren immer noch ein Kind, also von dem her. Merkt man auch, wenn ich hier so Let's Plays mache. Sonst nichts mehr. Ne, das ist cool. Info, was haben wir mit Murim noch? Ahem, Murim. Wie war das? Haben wir dich gut behandelt? Wollen sie bestrafen? Nein, 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 überhaupt nicht. Alles geil, Mann. Versag, was, warum denn? Lüge dich, Murim. Jeder in diesem Raum gehört zu mir. Die ohne hohe Priesterin sind nicht hier. Das ist gut. Murim? Ich habe das Verrat angesehen. Oh, du wohnst es jetzt zumindest an. Was? Hm, naja, das wird zumindest mal der Anführer sein, oder? Die Widerstandsbewegung. Anzustellen. Das Atmen. Naja, die schwere Geschichte zur Sklaverei, was? Ich weiss, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das Ganze, aber es erinnert mich wirklich mehr und mehr ein bisschen an Avatar. Ja, also sprich halt die Avatar-Serie von Legenden von Ahnen und so weiter. So. 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 Führrichter, ihr behauptet erst im Auftrag der Hohepriesterin hier? Wir haben hier einen Brief mit ihrem Siegel. Hm, nun ja, das scheint echt zu sein. Gut, ihr dürft euch fragen, wenn sie nicht genau verdächtig wurde. Wir sind hier im Auftrag der Hohepriesterin. Habt ihr im Ernst, dass wir diese Angelegenheit hier draußen besprechen werden? Oh, nö, nö, natürlich nicht. Niemals. Ich will niemals, aber bitte kommt doch herein. Oh, Sklaveri, ich? No, no, die Hohepriesterin würde mich wirklich zu einer so einer ungemessenen Sachvertexklavenhaltung anklagen? Oh, 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 oh. Sagt ihr, ihr wisst nichts darüber? Ich habe euch jeden Winkel, jede Ritze in meiner Wille gezeigt. Ich war sehr gewissenhaft oder etwa nicht. Und ihr habt keine Spuren, nicht einen glänzenden Hinweis auf einen Lagos gefunden. Sie wurde bläht. Äh, ja, das stimmt eigentlich. Die Zanschuldigung ist einfach lächerlich, sehr impossible. Der Gedanke, dass ich einem Bischof der einzige wilde Hohepriesterin dient, das tun wir, dass ein Emanzipationsakt unseres Landes verletzt, bestätigt sich, dass der Hohepriesterin wirklich alles erzählt. Erzähl, dass der Herzog von Donners aufrecht und unschuldig ist. In meinen edlen Augen geht es nicht die leisteste Träubung durch Falschhalt. Schau tief in sie hinein, mein Junge, und sag, was du siehst. Nun, hm, hm, hm. Ah, auf der Wind zurück. Fette Schwein. Wir können hier nichts machen. Ich denke, wir ziehen uns für einen Moment zurück. Hey, halt, da können wir nicht rein. Hä? Ike! Hallo, was ist denn? Ike, ich habe ihn gesehen. In einem Zimmer im obersten Stock war jemand. Ich glaube, es war einer vom Stamm der Vögel. Im Stamm der Vögel. Er sah, als er aus dem Fenster springen, aber er wurde gewaltsam davon abgehalten, ins Zimmer zurückgezogen. W-w-w-wa? W-was ist dieses Kind? Einer vom Stamm der Vögel? Kannst du beschreiben? Hm, er hat lange Haare. Es lade weggeholt, und seine Haut ist so blass, fast durstig. Und seine Schwingen sind strahlend weiss. Schien das so, Tatenia? Ja, ich habe ihn auch gesehen. Oh, Mann, ein Umklan der Sirene sich an diesem Ort auffällt. Die Musik, hey. Die Bücher sagen, dass nur Mitglieder der kündigen Familie der Sirenes weisse Schwingen besitzen. Nun, anscheinend ist da noch einen Raum zu geben, den wir noch nicht besucht haben. Wie sieht's aus, Herzog Tanas? Wie sieht's aus? Ihr könnt Co-Operin uns einen Raum zeigen, den ihr irgendwie vergessen habt, oder? W-w-w-w-w-w-w-w-w? Tötet sich alle! Nimm von denen da wegkommen! Das sind also Spielregeln, wa? Er dachte mir schon, dass das passieren würde. Sötener, es wird Zeit! Grails Sötener, wieder ein Action! Ach, du Scheibenkleister. Hä? Redner davon? Ist das... Ah, das ist er. Hm, was ist denn das? Dieftan. Wie quatscht es den? Das sind Geräusche eines Kampfes. Wie könnt ihr es fragen, einen Kampf mich auf Oliver's Villa zu empfangen? Mein Land wird auch für ihre Frechheit bestroffen. Oh Mann, ey. Okay, lasst mir die Karte angucken. Wie sieht es genau aus? Gut, ich habe Vogel dabei, ist kein Problem. Äh, 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 bist du? Dieftan, Panzerspeher. Da gucken wir einen an, warten wir sonst so drauf. Oh, Hellebadier, wo der schon weiterentwickelt war. Ja, sowieso kein Burg auf Hellebadier, aber der Panzerspeher, natürlich auch gerne. Dieftan. Besonders Verbindung ist etwas. Aber im Endeffekt das Bio-Rhythmus. Na ja. Das ist eigentlich ganz speziell strategisch Socken. Ich weiß eigentlich, mit dem anderen ist noch irgendwo, der schon weg war. Das ist Olivier. Das ist noch eine Tür. Oh, da muss ich ja vorsichtig sein, Freunde, dass wir dann ja irgendwie reinkommen. Kimorsi, was denn der? Der hat ja nichts. Ein Speer mit großer Kraft. Na ja. Beteiligung. General Level 6. Alles schlecht. Wie wäre der jetzt so in seiner Freude haben? Zumindest im Schwächen. Okay, den Rest mal gucken. Stahlbogen. Na ja, ein Stahlbogen. Okay, gut, ich bin Scharfschütze. Sonst waffenmässiger oder noch ein Panzerbrecher. Muss ich aufpassen. Langschwert, okay. Da auch ein bisschen drauf achtgeben. Das sind noch viele, Fortuna. Okay. Jetzt kommen die wieder. Ja, okay, gut. Im grossen Glanz nichts Besonderes. Kriegen wir hin. Unsere Truppe gestaltet sich wie folgt. Äh, oh, falsch, Entschuldigung. Nee. Wärts schon länger nicht mehr. Da, folgen wir es mit. Das ist so. Er muss ansonsten noch unbedingt mit. Natürlich mal so. Er ist schon weiterentwickelt. Chill. Stella will ich auch noch ein bisschen Level. Ilyana könnte man hier lassen, obwohl ich lieber Marke noch bei hätte. Wolf, könnte man aus den Fernen herangreifen, war. Ja, okay. Dann lass ich sie hier. Nimm Volker mit. Oh, toll. Wieso war ich nur eins für nach? Das ist ein bisschen... Hä? Ah, Entschuldigung. Das sind doch elf, war. Scheimkleister. Das massiert hier, weil es schon stark genug ist. Wir haben gut levelt. Ja, gut. Das sind noch hier. Äh, Ulf, ich gebe noch mal eine Chance. Nehmen wir noch Getry mit. Die unten sowieso nicht. Athene könnte auch noch ein bisschen passieren. Ja. Getry kommt nach vorne. Ist ein bisschen langsamer drauf. So, ich kann zurückbleiben. Der Rest passt soweit auch. Vielleicht noch so. Ja, passt wahr. Ganz kurz hier speichern. Und los geht's, Freunde. Spielerzugs. So, ich glaube, wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Was? Stahlschwert, Stahlschwert, Stahlschwert. Kein Problem. Getry. Macht's mit links. Links. Äh, hier was rumen. Ja. Der kann es von mir aus alle platt machen. Ich nehme mal die Eisenlanze, weil ich glaube, mit Stahl trifft nicht unbedingt. Das wäre natürlich doof. Ihr seid die Nachhut vollgefahren zum Abstauben. So, lassen wir mal noch zurück. Hier könnten noch ein paar Gegner kommen, wenn wir natürlich jetzt saudoofend irgendwie reinfallen würden. So, also Hauptsache ist, dass Boyd sich entwickelt, Kevin auch, und den Rest gucken wir mal nach. Wir sind bereits bei Kapitel 16. Das heisst eigentlich müssen wir nach dem ersten Kapitel entwickeln. Hm. Ich bin doch nicht so sicher. Äh, alle einen natürlich auch nach vorne, und die zwei lassen noch ein bisschen zurück, wah. Ich bin doch vor allem für den Fall, dass noch etwas kommen sollte. Sind wir eh stark genug. Du-du-du-du. Viel Spass mit Gettry. Dann nimm du Arsch. Gettry kann toll schwächen. Naja, macht ja nicht viel. Sehr gut. Sind ein paar schön geschwächt. Ach ja, so Ritter generell sind schon was. sind echt alle, die jetzt kommen. Okay, machen wir direkt die mal platt. Das heisst, Stella, hast du mit dem Bogen eine Chance? Natürlich endgeil. Oh, sie zieht schon mal gut. Alter, zieht die schon gut ab. Du könntest noch ein bisschen schwächen, wah, im Notfall? Okay, wie können sie das machen, zwei Mal natürlich schon. Die hoffen, dass sie zumindest einmal trifft. Sprich, ich schwäch mit Stella. Da hoffen, dass sie nach Kritten mit dem Meisterbogen. Ja, in der Sitz nach, gut. Dann Gettry, wir würden gerne hier oben sitzen, aber kommen wir gleich dazu. Ja, Volker abstauben. Siebouplei, mon monsieur. Thank you very much. Ja, wir müssen Englisch und Französisch mit dann kombinieren, auch nicht schlecht. Rulf, er hat es ja nicht nötig, war eigentlich doch, aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Wir wollen mal gucken, wie er levelt. So, wie sieht es aus? Naja, 15 ist eigentlich schon relativ viel. Wie sieht es aus? Ja, Hilfe. Stahl killt die nicht, gut, dann still es nicht mal hier hin. Aber ein anderer Typ da mit Axt, also der wird niemals treffen. Also, treffen natürlich schon, aber niemals killen. Mensch, gut, Alter, Schweingehaart, ich habe mir schon gedacht, irgendwo ist der Typ mit dem Panzerbrecher, aber da sehe ich, nein, aber der kommt ja gar nicht hin. Schwein muss der Michael haben. Hehe, wieder einmal. Das ist natürlich, ja. No comment, no comment. Und ihr Meister zum Kritten, hoffentlich. Einmal reicht schon. Aber sie hat keinen Bock drauf. So, gut, dann halt. Das ist die Frage, wer trifft eher mit dem Wurfbeil? Jo. Dann kriegt's Avin, Kevin, und ich hoffe, ich kriege mit ihm noch Level 20. noch 24. Also wisst ihr, im Fire Emblem-Spiel ist es normalerweise so, wenn man einen Gegner besiegt, der, ich wollte es mal sagen, naja, eigentlich so auf einem ähnlichen Level ist, wie man selbst, dann kriegt man etwa 30 Erfahrungspunkte. Wenn ein Gegner, der stärker ist als man selbst, kriegt man ein bisschen mehr, haben wir vorhin bei Rolf gesehen. Und beim Gegner, der schwächer ist, oder zum Beispiel viel schwächer, dann kriegt man eben ein bisschen weniger als 30 Erfahrungspunkte. Und, ich meine, es sind vielleicht vier Level. Aber, ich finde das vor allem das Frückte, jetzt sind wir bei Kapitel 16. und das Spiel soll ja auch, also keine 30 Kapitel haben, so viel weiss ich schon. Ja, aber, äh, irgendwie, was stimmt denn da nicht? Wenn der, wenn man einen weiterentwickelnden Charakter, die nächsten Kapitel so lange, dass er nicht trotzdem noch aufgeht? Ich kann mir auch kaum vorstellen. Na, wären es eben Freunde. Weil sonst kann gut und gern das passieren, dass ich eben jetzt noch zu stark bin und mein grosses Arte trainieren in den Arenen und so kann ich eher nicht. Dann bin ich fünf Kapitel weiter und bin zu schwach. Also in irgendwelchen ominösen Gründen. Okay, mit denen auch mal langsam voran. So. Bis jetzt läuft es ohne Probleme. Ich sehe auch sonst nichts von irgendeiner nahenden Gefahr, sag ich jetzt mal. Ja, Wurfballer ja ein bisschen geringere Trefferquote. Da war klar, dass er eben nicht treffen wird. Kann. Ja, auch immer. Aber trotzdem. Also die machen es mir gerade ein bisschen sehr einfach, ja. Ich muss echt gar was machen. Das sind Panzerbrecher. Hast du was gegen Panzerbrecher speziell? Glaub nicht, wahr? Würdest du mir das gut reinhauen? Äh, ne, komm, dann versuchst du es mal mit Rolf noch ein bisschen schwächen. Also irgendwie ist halt trotzdem noch relativ stark, war der Kleine. Volker macht den Kill, oder wie? Mit 18, mit 6 abziehen, wohl würde ich es sogar machen, wahr? Ja, 7 sogar. Der Panzerbrecher. Das ist ein bisschen seltsam aus, Dann kann ich das andere Feiermblem spielen, ein bisschen anders in Erinnerung, aber okay, und das war's für dich, Kumpel. Tschinikowski, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, Vor allem da ja ein bisschen, naja, sich jetzt so gut entwickelt. Oh, noch starker Teil, Ja, komm, wir machen wieder hier mit Stella, Meisterbogen, und dann genug Bögen. Wenn doch endlich mal kritten würde Stella. Du hast hohe Fertigkeiten, dachte zumindest. Fertigkeiten empfehle ich natürlich, Entschuldigung. Das will aber nichts. Mann, ey, Geht ein bisschen weiter. So, Kevin, äh, der Gettry, Ike, Sirog? Beut doch lieber für den Endboss aufsparen. Also, bis später im Bosse halt. Getry, ne, das bin ich auch doof. Äh, Masirog. Tu es. die ganze Prozentualchancen schon ein bisschen sehr, sehr, sehr crazy sind. Aber wir hoffen wir, dass das Ganze bei Fire Emblem fehlt, also sprich 14, wenn gerade das, was dabei kommen wird, ein bisschen, ein bisschen zumindest besser geworden ist. Ich glaube, wir gehen mal weiter, wenn noch jemand kommt von mir aus. Hä? Da kam keiner? Kann ich den noch anlocken, wa? Gut, sind doch Magie mit dem Feuer, oder so. Ja, wüsste was, ich mache es mal anders. Ähm, da soll ich sie unten, scheisse. Wie geht's, wie viel hast du? Uff, noch 5 Resistenz, alter Schwede. Kann ich sie angreifen lassen mit 10? Haha, nee. Sie, wa? Wieso eigentlich... Na gut, die Kontrolle sind mir zu nahe dran. Nö, was anderes. Das ist doch zu doof. Vergeiss mal aus, noch um, Kumpel. Ups. Und wir stellen uns alle hier hin. Ich weiss, ich bin sehr, sehr vorsichtig. Aber, ähm, ihr erinnert euch noch an den guten Riss, was damals passiert ist, dank dem Schwarzen Ritter, und das geben wir ihm noch nahe. Ich fand das Spiel mich so verarscht. So grausam verarscht. Ich weiss, es war episch und so weiter, und irgendwie finde ich es ja auch geil, dass es noch gekommen ist, aber, ähm, die Art und Weise, wie er Riss geplattet hat, das hätte nicht sein müssen. Ich hab mal eine Vorwarnung. Hallo, oder bist du, du bist stets am Weg, tschüss. Trotzdem 7, naja. Mann, ey, die kriegt einfach nie. Was sind die Fehligkeiten los? Sind die echt so schlecht? Äh, geben Magier mehr XP? Äh, du hast die Werte! Na gut, Fehlkennen war es jetzt wirklich nicht so besonders. Fortuna Major! Ah, nein, Harry Potter. Schleichwerbung! Keine Absicht. So, Freunde, wenn wir gleich sagen, in einem Part, ich stelle ganz kurz so einen hin. Und dann gucken, was er so drauf hat. Und dann, äh, ja, wenn wir wohl den ganzen Restkapitzen erst ein paar machen. Ich finde es ja ein bisschen kurz Kapitel war. Sogar mit dem letzten und so. Naja, vielleicht gibt's ja da viel zum Quatschen. Und dann, naja. Ich bin vor allem auf Kapitel 17 gespannt, wenn sie denn ein Ei entwickeln soll. Scheinbar. Wie gesagt, alles noch ein bisschen das, was wir gehört haben. Aber nix definitives. So, Zowen, du darfst. Magieford haben wir alles nicht, aber man muss sowieso noch Feuer trainieren. Von dem her, ähm, passt das. Und bin gespannt, was jetzt passiert. Zowen, wie stark bis jetzt wirklich? Naja, sogar dreimal? Alter Schwede. Uuuuupf. Zowen, unser Meister Magier. Ok, Meister weiß aber von mir aus. Jo. War geil. Ich wusste, da kommen noch ein paar. Ok, Leute. In diesem Sinne. Vielleicht werden wir mal was aussehen. In diesem Park gibt's nie weiter. Mit Zowen. Unserem weisen, weisen. He he. Ja. Ähm, muss man gucken. Feuer. Blitz muss vor allem noch trainieren. Dann hoffentlich kriegen wir bald schon die nächste Stufe von Elfenwind. Also, was von Akkus, wie noch so eine Art. Und dann. Tja, mal gucken, wann es weiter geht. Hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Bis dahin. Tschüss.